Da kommt dieser herrliche Dunkelbraun-Schecke aus dem Jahrgang 2004. Sechsjährig aus der Zwickau-Ragen-Flaxlein-Stadt in England. Sehr guter Leistungstest. Gesamtressur 8,2. Sieg und Wurz, das Siehwohlen greift, so wie es mehr so fällt, wie vor. Es ist so, dass Sie hell. Der Vater der Samba-Tino, der bis vorhin die Samba-Blut führt, meine Damen und Herren, hat etliche feine Fähre auch in Ordnung, die Sportlich-Erfolgreiche in diesem besonderen Fahranstrich. Auf seinem durchsprünglichen Hannover schon wurde das Stamm erlaubt, sind acht gekürte Hexe zu verzeichnen, die gerechte Werkschaft auch schon. Und Ecki, der ja lange Jahre auf verschiedenen Schauen. Samai und Erki Ballas. Den Punkt in seiner Altersklasse sehr gut vorausgebildet. Mordschritt. Mordschritt. Und ich liebe ihn, die Tüte. Und Ecki Ballas. Und jetzt dürfte ja auch. Die Torste Barriere fährt der richtige Fallung. Ohrenspitz. Und das ist um Gehame. Und das ist um Trittes. Vielen Dank.